Sinneswahrnehmung Sinneswahrnehmung beschreibt die Wahrnehmung über die Sinne. Der Mensch hat fünf Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Über all diese kann er von der Welt etwas mitbekommen. Und die Sinneswahrnehmung ist die ursprünglichste der Wahrnehmungen, mindestens vom Standpunkt der Biologie aus. Was du über die Sinne wahrnimmst, kann aber auch täuschend sein. Was du über die Sinne wahrnimmst, muss anschließend interpretiert werden durch den Geist.